Hallo zusammen, ich bin Marc, im zweiten Lehrjahr als Netzelektriker bei Energie Wasser Bern und ich möchte euch gerne meinen Ausbildungs- und Berufsalltag vorstellen. Kommt doch mit! Am besten an meiner Lehre gefällt mir, dass sie extrem vielseitig ist. Als Netzelektriker kannst du zum Beispiel bei der Montage von Schalt- und Transformatoren so in Verteilkapien mitarbeiten. Du arbeitest in einem coolen Team und hast viel Kontakt mit Leuten. Bei den verschiedenen Arbeiten im Freileitungsbau kannst du Bauarbeiten ausführen, so wie Mästen, Gerüste und Leitern sicher aufstellen und hochklettern. Den Einsatzbereich von verschiedenen Messgeräten und ihrer Handhabung lässt du kennen, ebenso die richtigen Erdungs- und Urschlussgarnituren einsetzen. Die EWB bietet einem eine gute, vielseitige und solide Ausbildung mit Perspektiven. Zudem hat es gut ausgebildete Praxis- und Berufsbildner und ein gutes Arbeitsklima in einem Team, das zusammenhält. Du musst austaurend und genau arbeiten können, gerne draussen arbeiten und wetterfest sein. Du darfst nicht farbenblind sein und musst schwindelfrei sein, weil du viel in Höhe gearbeitet hast. Wenn euch der Einblick in unseren Berufsalltag gefallen hat und ihr Interesse habt, dann meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auf dich.